Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute ein neues Video in Outerfrische, wie ihr wisst, selbst gekauft. Ja, und heute führer ich das Vermarkt auch gleich weiter mit einem Mann kauft ein. Und zwar bei Globus. Und zwar habe ich gekauft... Gedeckte Abfelschnitte. Mürbeteig mit Abfüllung. Kennt ihr noch American Pie? Ja, heute Abend. Besser. Dann, weil ich so das Leben tue, weil ich 100 Jahre alt da mische, Weintrauben. Kernlos. Weich und süßer bin, Butterstreusel Kuchen mit Kakaostreusel. Und eins zu tun. Irgendwann schicken wir es. Die muss ich dann gleich in den Gefährschrank tun. Da ich in der Kuchen mal nie ausgebrochen bin, hier noch einmal Kuchen. Und zwar Kokoschnitte mit Vanillecreme. Mit Kakaohaltiger Fettklasse. Ja, das ist richtig unwichtig. Viel Fett. Damit meine Bude immer gut riechen tut. Tüfte, die sich schon mal ändern. Live. Ach, das kann ich nicht ansprechen. Ich lasse es lieber. Da ich heute Abend frei habe. Also heute Abend. Da. Ein Frauenversteher. Die waren angebrückt. 65 Cent. Hier noch einmal. Eisbergsalat. Aus Bananien. Aus Bananien. Dann. Weil ich was Süßes. Weil ich süßer bin. dann bin ich von Osterland. Gartenfrüchte. Dann einmal Azurotomaten. Einmal Regular Kräuterbonbons. Fischkäse Knoblauch. Ist gut gegen Vampire. Noch einmal Tomaten. Einmal Oliven mit Toppenkäse. Einmal. Zwei Mal. Drei Mal. Vier Mal. Zwei Mal. Dann fünf Mal. Pfandau. Dann fünf Mal. Pfandau. Zwei Mal. Zwei Mal. Dann habe ich hier Cranchi Vanilla. Dann habe ich einmal zwei mal Käse. Käsegesicht. Dann einmal Play, Soft, Schalter, keine Ahnung. Durchsport für mich. Dann Moon und Axipan. Fröhne Krütze. Dann einmal Milch. Noch einmal. Einmal Brot von Hachi von 1688. Rustikal. Dann einmal Sprite. Dann hier Orangina Cerro. Kann ich mal probieren. Dann nochmal. Insgesamt sind das sechs Stück. Wenn man zu wenig Kuchen hat. So. Dann einmal Bananen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt von mir. Egal das. Oder Auspackvideos. Oder irgendein Sponsor. Meine E-Mail ist im Profil. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen. hoch da. Einen Wurf in den Kommentar. Ein Abo wäre gut. Alles damit ist kostenlos. Wurde mich ein bisschen weiter bringen. Ihr müsst es aber nicht machen. Dann habe ich noch eine Pfanne da. Dann einmal solche komischen Bananen. Das sind noch andere. Jelly Bananen. Die ich mache jetzt mit Orange. In der Maxi Plan. Eine Teile von Mieze. Da. Und noch eine. Das sind dann sechs Stück insgesamt. Und bezahlt habe ich 86 Euro. 87 Euro aufgerundet. Ja. Ja. Sonst geht es mir halt gut. Und ich hoffe euch auch. Und. Wie gesagt. Würde mich freuen. Wenn ihr einen Wurf in den Kommentar über der Video schreiben würdet. Ja. Und damit bin ich erstmal raus. Eure Superquelle. Mhm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020